Kalkaturen sind wirksame Zeitungsartikel, denn sie drücken die wahre Wahrheit aus. Dabei ist die Kalkatur mehr als eine Witzzeichnung, mehr als eine bloße Übertreibung von Eigenschaften und Merkmal. Sie verbindet Belustigendes mit beißenden Ankleidungen. Sie ist Mittel zur Propaganda. Sie übt Kritik und Spott an Personen, Politik, historischen und aktuellen Ereignissen, Gesellschaft, Gruppen, Mode, Lebensverhältnisse. Nicht selten hält sie auch dem Jedermann den Spiegel vor Augen und hält angesichts menschlicher Schwächen, Laster und undugenden den Zeigefinger.